Geliebter Marian Svenja ist in ihren Anatomie-Professor verliebt und will nicht zu spät zu seiner Vorlesung erscheinen. Leichtsinnig ignoriert sie das Drängen ihres Darms, doch der steigende Druck ist schon bald nicht mehr auszuhalten. Ihre schlimme Pup-Desperation bleibt weder unbemerkt noch ohne Folgen. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen